so das war mal schwarzfeld steven mal gucken wir mal dass ich war jetzt eigentlich schon ziemlich oft gewesen aber was sollt geht es nicht so schlimm was man alles macht so muss ich auch mal was angreifen was soll man irgendwo auch noch sehen ich weiß ja auch nicht ich hab keinen letztens hatte ich mal einen aber irgendwie ich weiß nicht naja egal so rinde mit hier schneller laufe schneller laufe ich muss das leiser machen oder ich weiß nicht was ist dem so vielleicht ein bisschen was doch noch hört gell so hier gibt es hier runenstoff das ist gut das ist immer wieder gut so also zurzeit ist ja wieder so ein richtig olles pennen wird er ein regen und so ne nicht schön immer regen halt ne ach die sonne fehlt einfach da ist man einfach immer müde gell ist schon nicht schön so was ist denn hier immerzu ich greife mir nix an ich weiß auch nicht können mich die zauber vergehen aber angreifen tue ich nix blöd ne jetzt habe ich ja auch so was doppeltes spiegelbild bin ich doppelt gemobbelt da machen die auch was mit jetzt oder was ach ja das ist ja geil hier machen wir was mit das ist ja mal ein ding ne naja das machen sie auch nicht ne aber ein bisschen was machen sie mit das geht mal weg hier mit euren riesen dingern mensch alle stehen so vor der füße rum hier das kann ich aber gar nicht leiden jetzt alle vor der füße stehen haben wir eigentlich denn schon hier das gemacht hier schwarzfels die haben wir noch nicht gemacht siehst du fehlt noch ein bisschen ne so jawohl umgefallen so zack jawohl neue stufe sehr schön ums eck prima lockt sie an alle ja fein lockt sie an so wie ich das immer hasse ne wenn sie mal alles anlocken hier ist ja irgendwas mitzunehmen ne ja komm jetzt geht da wieder lang so na los komm feuerchen ja so richtig weit bin ich noch nicht gekommen weil man hat irgendwie ich weiß auch nicht richtig Zeit halt ne mit dem Löffeln aber macht ja nix das eilt ja nicht ne man hat ja noch Zeit bis zur Rente und das dauert noch ein paar jährchen so jawohl jetzt hab ich aber einen Reliktschlüssel gell japp jetzt hab ich den Reliktschlüssel letztes war schon irgendeine Gruppe drin und da haben wir alle den Reliktschlüssel gesucht und hat keiner diesen ollen Schlüssel gehabt also hieß das die konnten nicht weitermachen das war ja dann ganz fatal ne so immer drauf hier so zack 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 was ist denn hier hinten los überhaupt die laben hier rum wie sie wollen ey die Mops so geht das aber nicht so geht das aber nicht Leute so jawohl oh Mensch bleibt halt der Wurwort ey ich muss dich wieder runterrammeln ja komm ist gut man 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 was bist denn du hier von mir sagen mal he na heiler was ist denn los nix oder was muss ich wieder selber mich heilen mhm da was ich auch immer hasse die machen wir so schnell durch die Innis durch gell der heiler kommt immer gar nicht hinterher dann hast du den Salat ne ach wisst du wenn der Bilderkunde da hinter mir ist mir auch egal ach sag doch mal Leute lasst mich halt einfach mal hier langlaufen ich muss noch mein Diener überhaupt abgeblieben mich mal vor ein Dorf da ist er wieder da schau her da ist er wieder alter Schwede bleibt halt mal stehen hier wenn ihr euch auch mal vom Fleck wegbewegt dann wird es doch nichts werden ey ach Gott so immer drauf damit hier jawohl und wieder verzaubert wunderbar verängstigt bin ich ach jetzt hab ich die Schwarzfeldieben abgeschlossen hab den Sack bekommen das ist denn das hier war ich nicht ach Leute was ist denn hier los da wird die Innere rammeln da oben rum ja sag doch mal hallo Mädel das kann ja wohl nicht sein ey jeder rammelt wie er denkt also manchen mal ne ich bin ganz verwirrend hier so mal ein bisschen hervorrücken hier so das Sackchen habe ich schon mal bekommen rein theoretisch könnte man wieder ausgehen aber ok das machen wir nicht hinten ist noch ein Quest wo ist wo sind wir denn jetzt wieder angekommen hier sag doch mal sag doch mal jetzt sind die alle raus oder was die haben doch alle einen Schatten oder das gehen ja wohl nicht angehen hier ja Leute Leute ich nehme hier extra auf ja gut das können ja die nicht wissen ne alter Schwede wo ist denn der Sack die haben alle nur den Sack abgewordert oder was das kann ja wohl nicht sein oder ja was sagen wir denn da äh schön tragen wir eigentlich nicht gut hier ist noch so ein blaues Style naja jetzt machen wir halt ein bisschen beim Gratter von Un'Goro weiter ist aber Stütze ich habe hier halt viele Quests ne und die können wir schon mal ein bisschen ach so machen nebenbei ne die oder was kann man es oder was für was gute Vorreine ob das jetzt passt hier oder nicht wirft einen neuen die und sagen wir vielleicht brauchen zu aha aha ah ja so könnte es passen Mensch was ist denn jetzt hier los ihr Leute es ist ja richtig voll hier die Party na jetzt ist natürlich wieder alles platt hier ne das kann ich ja auch gar nicht leiden wenn hier alles platt ist ne und du kriegst wieder kein Mob ab ne krieg ich echt in Holz du so jetzt müssen wir jetzt die Dinger hier suchen drumherum oder wie naja gut die Dinger brauch ich ja auch hier von da her das ist jetzt nicht so schlimm das will auch mal werfen ähm du musst aber auch mal kämpfen wenn du ne bewirfst und komisch was soll die Scheiße haha tja wer zuerst mal kommt zuerst oder wie war das immer ja jetzt kommt hier so ein Ali noch dazu ne wunder prima wunderbar ach ach ihr habt ja alle einen Schatten hier ey boah alter Schwede ey das ist halt ne manchmal ist es echt irgendwie zum Versprechen hier quest zu machen dass alle äh alle killen halt ne ne da wird er halt draufhauen müssen und nicht abhauen ne ach was soll der Guide hm was soll der Guide so ist mein Mäppchen wer war das he hier oder weiß ich jetzt gar nicht naja wenn sie denken dann ist es so oh das ist ja echt jetzt im Verzweifeln oder wenn man hier so ein Viech sucht ne dann gibt es keines gäh alter Schwede naja komm dann machen wir noch was anderes hier da gehen wir halt noch hinter derweil ne ich bin jetzt nicht eine ewig Zeit hier die Dinger sich suchen hier die Dinger auf oder was oh ne da bist du scheiße Laber laufen oder was ne da gehts gar nicht lang guck da mal bin ich falsch hier glaub ich ne ne bin ich falsch bin ich da lang da lang kann man glaub ich jup ah wurde auch nicht hm ist halt nicht schlecht heute das ist nicht mein Tag nicht mein Tag nicht mein Tag naja was solls wie siehts denn aus hier kann man nochmal so ein Dungeon irgendwie hier oder was ist jetzt das dauert jetzt wieder wahrscheinlich ewig wa das mach ich jetzt immer hier platt das Viech da unten naja 10 Minuten so lange hab ich jetzt eigentlich kein Bock hier zu werden ne ach das ist manchmal echt zum verzweifeln hier zum verzweifeln nun ja ihr lieben Leute war trotzdem schön mit euch ähm bisschen rumzuleveln und da würd ich sagen wir sehen uns dann mal bei Gelegenheit wieder ne tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü